Hallo lieber Zuschauer, herzlich willkommen, dass du auf meinem Kanal gekommen bist. Ja, es wird wieder einiges Neues geben, beziehungsweise es hat schon einiges Neues gegeben, was einige nicht so toll finden. Ich auch nicht, denn seit der ersten Woche im Juni 2013 gibt es dann jetzt für alle Pflicht verbunden das aktuelle YouTube-Design. Dagegen kann man nichts machen und ich finde, es bietet zwar ein paar Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Ich habe hier schon mal angefangen, hier ein paar Videos zu kategorisieren und dann auch dementsprechend anzeigen zu lassen. In einzelne Bereiche, aktuellsten Videos, die ich immer hochgeladen habe, die sind ja jetzt immer hier zu finden. Und ja gut, über den Kanal Banner, da habe ich mir auch schon was einfallen lassen, da wird es demnächst so aussehen. Das wird mein aktueller Kanal Banner dann werden, so wird er dann aussehen. Leider passen nicht noch mehr Bilder rein oder halt nicht ein bisschen mehr, ich hätte gerne noch ein bisschen was anderes gehabt. Aber nun ja, so sieht er auch schon richtig, richtig gut aus. Vielen Dank schon mal daher. Und ja, meine Facebook-Fan-Seite, da wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Die Änderungen auf YouTube, die dürfen wohl erstmal reichen. Hier ist immer noch alles beim Alten geblieben. Hier kann man immer noch Hintergrundinformationen über mich beziehen oder auch über meine Videos, über meine Anlage oder auch einfach mal gucken, was gibt es hier schönes, neues. Hier gebe ich immer viele Informationen an, auch über mich preis, über den Hintergrund oder was wird halt demnächst noch kommen auf meinem YouTube-Kanal. Hier kann man immer gerne mal vorbeischauen, einfach bei Facebook dann. Entweder Speakershocker eingeben oder direkt den Link facebook.com slash hi-fi-speakershocker. Soviel jetzt erstmal. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß auf meinem neuen Kanal. Euer Speakershocker. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020